Hallo! Hallo! Einen schönen Gruß aus Hamburg. Ja, ich habe mal einen Ausflug von meiner Insel Ibiza nach Hamburg gemacht und mich mit der Stella getroffen. Hallo! Und ich mich mit der Marlene. Und wir haben eine wunderschöne Zeit gerade hinter uns mit einem super Austausch. Ja, denn wie ihr vielleicht wisst, sind wir beide zertifizierte Sexological Body Worker. Und damit wir gut mit euch umgehen können, müssen wir ab und zu mal ein bisschen an uns üben und ausprobieren. Mal, damit wir selber wissen, wie sich das denn anfühlt. Genau. Und das war grandios heute. Ja, so ein bisschen wie Sex beim Kaffee trinken. Ja. Ja. Hierzu wollen wir euch dann natürlich informieren, dass wir immer wieder mal Vierhandmassagen anbieten. Das heißt, ihr werdet von uns beiden verwöhnt. Ja. Und natürlich bieten wir auch für Paare die Möglichkeit, sich wieder neu kennenzulernen. Also, mal ein bisschen Abwechslung in das Sexleben, was vielleicht bei den einen oder anderen ein bisschen eingeschlafen ist, reinzubringen. Genau. Also, wenn ihr Interesse habt, das mal auszuprobieren, euch selbst auszuprobieren, meldet euch doch einfach. Wir freuen uns darüber. Ja. Bis bald, hoffentlich. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.